Ein Schleier ist eine Kopfbedeckung aus leichtem Gewebe mit meist angenährt rechteckiger Grundform und von unterschiedlicher Länge. Der Schleier kann entweder das Gesicht freilassen, auch den unteren Teil des Gesichtes bedecken oder aber das Gesicht ganz verhüllen. In der Länge kann er das Haar und den Nacken bedecken, den Oberkörper schallartig umhüllen oder als Ganzkörperschleier den gesamten Körper verbergen. Das Haar wird von einem Schleier oft nur teilweise bedeckt und zum Beispiel der Haaransatz freigelassen. Schleier haben unterschiedliche Funktionen und symbolisieren oft bestimmte Bedeutungen. Verschleierung im Altertum Der Schleier ist bereits für das frühe dritte Jahrtausend vor Christus in Mesopotamien sowohl für Männer und Frauen als auch für Gottheiten belegt. Beispielsweise für Aya und Inanna, die den Beinamen die Verschleierte, die Verhüllte trug. Eine weitere prominente Namensträgerin war die Muttergöttin Nins und die von den Sumerern auch die Verschleierte Fürstin genannt wurde. Als weitere Variante des Schleiers zum Verhöhlen des Gesichts diente unter anderem auch der Gewandsaum. Im Gilgamesch-Epos verweist die Erklärung Gilgameschs auf die frühe Existenz des Schleiers. Da verhüllte er den Freund sowie das Antlitz einer Braut. Genauere Informationen, an welche Bedingungen und Anlässe das Tragen des Schleiers geknüpft war, fehlen größtenteils. Der Inhalt der Texte lässt jedoch feste Regeln als wahrscheinlich erscheinen. In Assyrien sind Ende des zweiten Jahrtausends v. Chr. in der Regierungszeit des Tukulti Abiel-e-Sarai. Erstmals Gesetzesregeln hinsichtlich der Rechtmäßigkeit des Tragens von Schleiern bestimmter Personengruppen fassbar. Der mittel-assyrischen Rechtssammlung ist zu entnehmen, dass die unerlaubte Verwendung eines Schleiers für Sklavinnen und Dirnen unter Strafe stand. Das mittel-assyrische Verhüllungsverbot für Prostituierte und Sklaven diente der sozialen Deklausierung und Stigmatisierung der nicht-freigeborenen. Ehefrauen Ehefrauen oder verheiratete Konkubinen galten als respektabel, was durch die Verschleierung in der Öffentlichkeit äußerlich sichtbar gemacht wurde. Prostituierte und Sklavinnen hingegen standen nicht unter dem Schutz eines Ehemannes und galten daher als nicht respektabel. Im alten Ägypten ist ebenfalls sehr früh die Verschleierung von Gottheiten bezeugt, die sich auch in den Götternamen niederschlug. So beispielsweise für Amon. Im Alten Testament wird der Schleier an verschiedenen Stellen erwähnt, unter anderem in der ersten Begegnung zwischen Isaac und Rebekah. Der Prophet Ezechiel beschreibt einen Zauberschleier. Im antiken Griechenland und im römischen Reich trugen die Frauen über ihrem Haar einen Schleier als Teil der Bekleidung und Symbol des Anstands. Die vornehmer Römerin trug über ihrem Obergewand eine Art Mantel, die Pallar. In sie hüllte sie sich ganz ein, der obere Stoffteil wurde um den Nacken und den rechten Oberarm geführt. Das über den Rücken fallende Stoffteil zog sie über den Kopf. Der Römer Gaius Solpicius Gallus ließ sich von seiner Frau scheiden, da sie ihr Haar in der Öffentlichkeit nicht bedeckt hatte. Punkt. Erst später unter Augustus soll sich die Sitte der Verhüllung der Haare gelockert haben. Vor rund 2000 Jahren drang der Schleier auf die arabische Halbinsel vor und war dort ebenfalls ein Kleidungsstück der Aristokratie. Noch zu Mohammeds Zeiten war es nicht üblich, dass sich Frauen verhüllten. Obligatorisch wurde die Verschleierung im Kalifat erst im 9. Jahrhundert. Nach Richter Dridi ist der Schleier in Nordafrika, auch in Tunesien, erst im 15. Jahrhundert eingeführt worden. In diesem Zeitraum emigrierten viele nunmehr verfolgte Mauren aus Spanien und führten ihn als Zeichen von Anstand und guten Sitten ein. Religiöse Bedeutung des Schleiers Christentum der Apostel Paolo schreibt vom Tragen des Schleiers beim Gebet in seinem 1. Korinther Brief. In einigen Konfessionen bedenken Frauen ihr Haar in der Kirche mit einem Schleier, einem Tuch oder einer Mantellar. Unter anderem in der orthodoxen Kirche, Brüdergemeinden, bei den russischen Baptisten, den Mennoniten, den Amistischen und den Hutterern. Zum Teil wird diese Schriftstelle des Paulus verbunden mit dem 1. Thessalonischer Brief so ausgelegt, dass die Frauen in diesen Gemeinschaften immer einen Schleier, ein Tuch oder ein Häubchen tragen. In der katholischen Kirche sah der Codex Iuris Canonici von 1917 vor, dass Frauen bei der Heiligen Messe und in Gegenwart des Allerheiligsten einen Kommunionsschleier oder eine andere Kopfbedeckung tragen müssen. Durch den CIC von 1983 wurde dieser Canon abrogiert, der CIA-C von 1983 erwähnt diese Frage nicht. Das heißt, das Tragen einer Kopfbedeckung ist für Frauen in der Heiligen Messe nicht mehr verpflichtend. Bei Privathaudienzen beim Papst gehört das Tragen einer Mantelle nach wie vor zum Protokoll. In Europa des 14. und 15. Jahrhunderts trugen die Frauen der vornehmen ihr Haar stets unter einer Haube oder bedeckten es mit einem Schleier. Dieser Brauch hat sich im südlichen Europa bis vor kurzem erhalten. Ein Schleier verhüllt den schönsten Schmuck der Frau ihr Haar. Von daher wird mit dem Anlegen des Schleiers ein Stück weit die Eitelkeit abgelegt, zumindest sinnbildlich. Das Tragen des Brautschleiers bei der Trauung wird heute nur noch als Brauchtum verstanden. Weitgehend erhalten hat sich der Schleier in seiner antiken Symbolik der Bindung einer Frau durch Ehe oder Gelübde bei einigen Formen der Vita. Consecrate im Ordensleben und bei den geweihten Jungfrauen, wo der Schleier zur Jungfrauenweihe bzw. als Teil des Habits zur Einkleidung verliehen wird. Über Jahrhunderte war die Redewendung, den Schleier nehmen, gleichbedeutend mit der Wahl einer gottgeweihten Lebensform durch eine Frau. Später wurde sie zum Synonym für den Eintritt einer Frau ins Kloster. In den Ostkirchen tragen teilweise auch Mönche einen Schleier. In der südspanischen Provinz Kadiz war bis zur Machtergreifung Frankos im Spanischen Bürgerkrieg die fast vollständige Verschleierung von Frauen. Üblich. An diese Tracht, die nur ein Auge frei ließ, erinnert heute noch das Denkmal La Cobiada in Vecher de la Frontera. Islam im Islam gibt es im Koran Kleidungsvorschriften, die allerdings unterschiedlich ausgelegt werden. Zu beachten ist dabei vor allem, dass der Begriff Schleier respektive Verschleierung keinen fest definierten Inhalt hat. Teilweise wird darunter nur die Bedeckung des Haares verstanden, teilweise eine vollständige Verhüllung des Körpers. Die hierfür verwendeten, aus der arabischen Sprache stammenden Begriffe haben oft keine deutsche Entsprechung. Der Schleier gehört zu den Bestandteilen der von Muslimen getragenen Kleidung. So sollen nach einer häufig anzutreffenden Interpretation Frauen und Mädchen den Halschab ab dem Beginn der Pubertät tragen. Für Männer gibt es andere Formen, besonders auffällig bei den Tuareg. Zu unterscheiden sind der Gesicht, der Kopf und der Ganzkörperschleier. Der Halb- oder Mundschleier bedeckt die untere Gesichtshälfte. Und der Niqab ist ein das gesamte Gesicht mit Ausnahme der Augen verhüllender Vollschleier. Der Koran enthält mehrere Stellen, die Information über die Bekleidung von Frauen beinhalten. Schuhe 24 an nur, das Licht Vers 31. Schuhe 33 erlatsab, die Gruppen Vers 59. Bei den folgenden manchmal zitierten Stellen ist jedoch ein Bezug auf eine Bekleidungsvorschrift für Frauen. Stark zweifelhaft, Schuhe 7 Allah R.A.F. Die Höhen Vers 27. Es gibt auch zahlreiche Hadid, die etwas über die Kleidung der Frauen aussagen. Beispielsweise in einem Hadid aus dem Fa'al-Bari, die Frau des Propheten. Bei Allah, niemals sah ich bessere Frauen oder stärkere in der Befolgung des Buches Allahs als die Frauen der Ansar. Als Surat an nur Herab gesandt wurde, und dass sie ihre Tücher um ihre Kleidungsausschnitte schlagen, gingen ihre Männer nach Hause und berichteten ihnen, was Allah offenbart hatte. Jeder zitierte den Vers vor seiner Frau, seiner Tochter, Schwester und den Verwandten. Es gab keine Frau, die nicht auf der Stelle aufstand, ihren Rock zerriss und sich selbst von Kopf bis Fuß damit bedeckte. Am nächsten Tag beteten sie von Kopf bis Fuß bedeckt das Fa'ischer Gebet. Die große Mehrheit der Rechtsgelehrten im Scharia-Islam befürwortet daher die Bedeckung des Haupttars. Es wird auch daraus abgeleitet, dass die Frauen sich mit einem Halschab genannten Ganzkörperschleier bedecken sollen. In einigen islamischen Ländern ist das Tragen des Schleiers gesetzlich vorgeschrieben, etwa in Saudi-Arabien oder noch vor einigen Jahren im Iran. Dafür gibt es eine Religionspolizei. Auch in Afghanistan zur Zeit der Taliban war die Burka Pflicht. In der Türkei wurde das Tragen des Kopftuchs durch Atatürk unter Androhung der Todesstrafe verboten. Obwohl dieses Verbot auf großen Widerstand der weiblichen Bevölkerung stieß, für viele Frauen war dies gleichbedeutend mit Nacktheit widersetzten. Sich, besonders in ländlichen Gebieten und erst nach dem Tod Atatürks, viele dieser Anordnung. In türkischen öffentlichen Einrichtungen wie Schulen und Universitäten ist das Kopftuchverbot seit einiger Zeit wieder aufgehoben worden. Im Parlament und im Fernsehen darf aber weiterhin kein Kopftuch getragen werden und auf amtlichen Urkunden, wie Z.B. auf Ausweisen, dürfen nur Fotos ohne jegliche Kopfbedeckung verwendet werden. In einigen Bundesländern Deutschlands ist Lehrkräften an staatlichen Schulen das offene Tragen von religiöser Bekleidung bzw. Symbolen verboten, wozu auch Kopftuch bzw. Schleier gehören. McGinty zufolge zeigten Studien, dass das Tragen eines Schleiers eine wichtige Rolle bei der Konversion von Frauen zum Islam spiele. Die Verschleierung markiere im Konversionsprozess die Herausbildung einer neuen muslimischen Identität sowie die Übernahme der spezifisch islamischen Vorstellungen über Geschlechterbeziehungen und Sittsamkeit. Weitere Formen des Schleiers Ein Trauerschleier wird von Witwen und verwaisten Töchtern getragen, um die Trauer über den Verlust eines Menschen zum Ausdruck zu bringen, aber auch um die eigenen Emotionen nicht allzu offen zu zeigen. Der mit dem Hut verbundene Halbschleier war ein modisches Attribut gehobener Damenbekleidung bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ein Schleier kann getragen werden zum Schutz vor Insekten, z.B. Mücken. Imker tragen oft einen Schleier zum Schutz vor Bienenstichen. Verwendung des Wortes Schleier im übertragenen Sinne Will man verhindern, dass jemand von einem Ereignis oder dessen Entstehung erfährt, spricht man von Verschleiern. Auf Farben oder Lacken kann sich ein unerwünschter Schleier ablegen, beim Wein spricht man bei einer leichten Trübung von einem Schleier. Man spricht z.B. von Schleierwolken oder dass Nebel einen Schleier auf etwas legte. Bei einem Foto spricht man bei einer Eintrübung, z.B. durch ungenügendes Fixieren oder über Entwicklung hervorgerufen, von einem Schleier. Bestimmte Zuchtformen von Fischen benennt man nach den vergrößerten Flossen. Dazu gehören z.B. der Schleierkampffisch und der Schleierschwanz. Verschiedene Gartenpflanzen nennt man wegen ihres konturenverwischenden Effektes Schleierkraut. In der Werbung wird der Graustich bei Wäsche und Gardinen auch als Grauschleier bezeichnet. Verschiedene Formen des Schleiers. Punkt, 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 Punkt.